Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal Just for fun Fortnite. Ich der totale voll Noob im Batman Outfit. Wir werden einfach mal schauen was ich so reißen kann. Ich will noch eine Gruppenkeile dadurch dass ich meine ganzen Herausforderungen hier schon abgeschlossen habe. Okay beziehungsweise mein Sohn das für mich gemacht hat. Was man auch auf seinem YouTube Channel sieht. Ja da gucken wir einfach mal wie gut ich versagen werde. Solo? Damit braucht er bei mir nicht ankommen. Also da mache ich 0 bis 1 Kill und dann gehe ich. Hopps. Ne das muss nie sein. Könnte ich allerdings auch aufnehmen. So. Natürlich standardgemäß erstmal der Batman mit seinen Fledermäusen. So wo fliegt man denn hin? Gute Frage. Keiner springt raus? Doch jetzt. Ja dann hoppen wir jetzt auch raus. Wo geh man hin? Wo geh man hin? Wo geh man hin? Wo geh man hin? loll. Wieso hat das gerade geleckt? So, den Schaden nehmen wir jetzt natürlich in Kauf So, oh, ne Sniper, das kommt schon mal gut Munition ist immer wichtig Na komm So, weiter, oh, schon Automaten Oh, ja, toll Voll viel Auswahl gehabt hier Ach ne, das ist das taktische Gewehr Das liegt mir nicht so wirklich Wo geht's weiter Oh, die kommt aber gut Noch eine Braucht man nicht unbedingt So, wo ist die Zone Oh, ganz weit weg Ganz weit weg So Ah, haben wir hier noch irgendwas Ja, die hätte ich auch gerne Denn ich bin so eher der Sniper Typ Das war ein Satz Das ist mit X Das auch Das packt man doch Oh, ohne zu sterben So, hier ist nichts drinnen versteckt Noch keine Gegner Wie kommt denn das Wie kommt denn das Ui Ähm, ja, mehr braucht man nicht Die Jumpet ist auch immer gut Ah Leck mich auch noch am Arsch Da war einer Wo muss ich denn hin Nach Snooby Ach du Scheiße So, noch ein Schuss Ah Nein Mist Ah, die hat gut Scharen eingesteckt So Wo landen wir denn Irgendwo wo wir schon Snipern können Würde ich sagen So Wir gucken erst mal Da ist hier irgendwo einer Da hinten steht auch schon mal einer Der AFK ist Tja Ihr solltet nie AFK rumstellen Das kommt euch nicht zugute Ich bin halt eher so der Sniper Typ Verständlich Verständlich Ja, der fährt dort mit seinem Boot rum Läuft bei ihm Na Ja Ja Und da war er down Da gibt's goldene Snipers Die holen wir uns Was gab's denn da hinten? Ach ne Minigun Brauchen wir nicht unbedingt Ähm Wir müssen etwas weiter voran Da hinten pümmelt keiner rum Da hinten Da hinten hat einer rumgepümmelt Ja Wir werden dann aber auch gleich mal Mitten reinrennen Tja Das war halt wieder einer Der einfach nur AFK in der Runde ist Da oben pümmeln die meisten rum Interessant Da hinten zum Beispiel Mist Hätte besser laufen können Ich hätte einfach nur aufstehen müssen Lol Von wo? Na Ha 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 So Der war weg Der war weg Der war fast 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 weg Viii! Na ja! und trotzdem noch getroffen ja sechs kills auch wenn ich die meiste zeit noch gesnipert habe aber besser kann ich es nicht so wir gucken uns mal kurz die statistik an gesamt ep 929 willst du mich verarschen alter ist ja ein witz ja das war es mit der ersten runde fortnite und dem ersten video davon wenn ihr mehr solcher videos sehen wollt gibt mir gerne einen daumen nach oben schreibt es in die kommentare und dann werde ich sehen was ich machen lässt bis dahin bleibt gespannt genießt den tag und bye bye